Hallo und herzlich willkommen zum Codcast, dem Call of Duty Podcast, Folge Nummer 3, natürlich wieder mit Mebason. Herzlich willkommen, grüße, grüße. Moin, moin, was geht, was geht. Hey, ich freue mich besonders auf diesen Podcast heute, weil jetzt eine Woche vergangen ist nach Release und ich glaube, wir konnten ja sehr viel Zeit investieren in Modern Warfare 3. Also, ja, das sind glaube ich einige, du fielst am Controller, einige, ja, Controller, ich sage mir, die wurde wahrscheinlich gut belastet in der Woche. Oh ja, meine Hände tun auch schon weh. Wie viel Spielzeit hast du, weißt du das ungefähr? Oh, nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe auf jeden Fall schon nachgeschaut und bei mir standen glaube ich zwei Tage und zwölf Stunden, also ich habe zweieinhalb Tage von dieser Woche wirklich nur mit Zocken verbracht. Das sind 60 Stunden. Ja, ich glaube, ich war 80 Stunden live, also es war sogar noch länger. So um die 70 bis 80 Stunden war ich insgesamt live, das ist schon sehr verrückt. Ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, denn wenn man viel Spielzeit hat, heißt das in der Regel, dass man auch Spaß dran hatte und bei der Sache geblieben ist. Ja, definitiv. Wie mir genauso, es hat mega Spaß gemacht, ja, ja, definitiv auch bei mir. Sorry, wenn ich das mal vergleiche mit MW2, da habe ich zu Release wirklich kaum gespielt und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ja, bei mir auch. Ich habe nämlich in dieser Woche einmal wieder in MW2 reingeschaut, also in die DMZ, Warzone. Und ja, ich muss sagen, es hat auch mega Spaß gemacht, aber ich hatte danach wieder mehr Motivation gehabt, wieder den MW3-Grind weiterzumachen. Das hat mir auch so gezeigt, wie viel Spaß das momentan macht. Mal gucken, wie es in der Zukunft ist. Aber momentan ist es wirklich so, dass man da weiterkommen will, alles freischalten will. Also der Faktor, das haben die schon gut umgesetzt, muss ich sagen. Da ist man schon richtig drin, finde ich. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Man hat voll die Aufgaben, die man absolvieren will. Man will natürlich in der Story weiterkommen. Die habe ich jetzt endlich geschafft. Das hat mich die ganze Zeit getriggert. Ja, Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Das war echt so eine Sache, die ich unbedingt, so schnell es geht, absolvieren wollte. Aber man hat jetzt trotzdem noch diese ganzen Baupläne, die man sich farmen möchte. Aber ich frage, wie viel du hast? Ich weiß nicht, wie viel, aber ich habe jetzt endlich die Raygun gefunden. Endlich habe ich sie gefunden. Und das waren so zwei Baustellen. Und jetzt die dritte Baustelle natürlich noch, die Borealis-Tarnung. Und ich habe jetzt schon so viel gespielt, aber habe dennoch so viel noch zu tun. Und ich habe oft die Frage bekommen, ja, was macht man in dem ganzen Zombie-Modus? Das ist auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ich frage mich, man hat so viel, wo will man erst mal anfangen? Weil man kann auch die MW-2-Waffen machen. Ich kann ja auch noch den Multiplayer spielen. Also ich weiß gar nicht, wo ich war. Da war ja noch was. Da war ja noch was. Ich habe auch noch gar nicht reingeschaut in den Multiplayer. Es ist Schande über mich. Schande, Schande. Wirklich schlimm. Ja, ich ... Aber ich habe mir diese Frage auch gestellt. Vor allem, weil du es ja durchgespielt hast jetzt sozusagen. Also was die Story angeht, Akt 3, ne? Wir kriegen ja wahrscheinlich dann bald einen weiteren Akt in der nächsten Season. Aber jetzt ist ja erst mal mit Akt 3 das Ganze abgeschlossen. Fassen wir mal kurz zusammen. Baupläne, die Story-Missionen und der Carmo-Grind. Das sind so die drei Hauptpfeiler, würde ich sagen, ne? Die wir momentan überzutun haben. Der doppelte Carmo-Grind, muss man natürlich sagen. MW-2-Waffen und MW-3-Waffen. Und für die extremen Grinder gibt es noch die Weapon-Masteries. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, die sind diese extra Medaillen, glaub ich, ne? Genau. Wenn du alles abgeschlossen hast, dann noch, ja. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das ergrinden werde im Laufe von Modern Warfare 3, weil ich das in MW-2 eigentlich schon cool fand, die Idee. Aber da war es halt im Multiplayer. Und wirklich, es war schrecklich, die ganze Zeit Shipman zu spielen. Und jetzt kannst du das halt super im Zombie-Modus machen. Kannst dabei noch die geilen Tarnungen dann auch noch verwenden, um dann diese Sachen zu machen. Deswegen finde ich das einfach nur genial eigentlich. Ich muss aber trotzdem kritisch mal fragen, ne? Weil diese Frage, die dir gestellt wurde, ist ja berechtigt. Und ich kriege auch diese Frage relativ oft gestellt. Was macht ihr denn da noch? Also, wenn du jetzt die Kampagne durchgespielt hast, also die MW-3-Akte. Die Kampagne ist ja noch mal ein eigenes Thema für sich, ne? Hast du die Kampagne gespielt eigentlich von MW-3? Ja, die hab ich durchgespielt. Die hatte ich auch an einem Tag, an diesem Pre-Release. Ja, ja. Das ist komplett abgehakt. Da würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr reinschauen. Wo ich schon mal überlegt habe, die auch super schwer zu spielen. Aber nee, das war nicht so, ne? Also, der Punkt ist abgehakt. Dann bleibt nur noch Multiplayer und Zombies jetzt erst mal, ne? Und in Zombies hast du jetzt Akt 3 abgeschlossen. Ja. Und du hast einen guten Teil der Baupläne ja schon, ne? So wie ich rausgehe, auch noch mit der Unterwaffe. Ich glaub, es fehlen nur noch vier Stück. Vier Stück müssten nur noch fehlen. Wenn du jetzt jemanden hast, der dich fragt, okay, alles gut und schön, hat Spaß gemacht, war geil oder ist geil. Ich bin aber jetzt niemand, der Karmus grindet. Ja, das fand ich halt immer die interessante Frage. Was mach ich dann noch? Und da muss ich auch sagen, okay, berechtigte Frage. Ja, das ist, jetzt muss ich wirklich mal drüber nachdenken. Wenn ich jetzt also keine, ähm, Kampagnenmissionen mehr mache, weil ich ja alles schon durchgespielt habe und die Baupläne mir alle ergrindet habe und keine Karmus spiele, dann hat man ja wirklich eigentlich nur noch das, äh, Prestige-Level, was man dann mit Season 1 bekommt, also das allgemeine Level. Ähm, dann, dann würde ich aber, dann kommt es halt sehr auf die, diese ganzen, ähm, Content-Updates an. Also, wenn, wenn jetzt das Base-Game abgeschlossen ist, ähm, was ja im Normalfall jetzt nicht so schnell abgeschlossen wird, wie jetzt bei mir der Fall war. Ich mach das ja nur, weil ich dazu Content mache. Aber, ähm, ich denke, die Content-Updates werden einen dann bei Laune halten müssen. Also, das ganze Leveln an sich, die Weeklies, die Dailies, die, ähm, Event-Herausforderungen, der Battle Pass, ich glaub, diese ganzen Dinge werden einen dann, ähm, bei Laune halten. Aber nur, solange halt diese Dinge auch in das Spiel reinkommen. Wenn das Spiel abgeschlossen ist und wir im nächsten Jahr sind und ein neues Call of Duty diese Content-Updates bekommt, dann kann ich mir vorstellen, dass das Spiel, äh, die Langzeit-Motivation verliert, wenn man das dann alles abgeschlossen hat. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das ist interessant. Stimmt, in Season 1 werden wir sehr viel Content bekommen. Ich glaub, zum einen auch, der ist super wichtig, wie's dann in der MB-Zeit weitergeht, also, wie viel man dann weitermachen kann. Aber, äh, ich glaub, wir unterschätzen auch dann den, 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 den Content an sich. Also, ich glaub, das wird schon viel, 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 viel werden, ne? Oh, ja. Ja. Und wie du sagst, die Leute, hat ja auch keiner jetzt durchgespielt, ne, die Kampagne, also ... Ja, jetzt ... Ist ja schon eine Ausnahme, dass du jetzt wirklich jetzt schon alles durch hast, ne? Da muss man auch bedenken, ein normaler, äh, Spieler, sag ich mal, der braucht ja noch seine Zeit, ne? Ja, das stimmt. Ich glaub, das kommt genau hin, bis dahin, ja. Ja, was ich grad noch sagen wollte, ist, ähm ... Die Content-Updates, ne, die haben ja erst die Spiele wie Cold War und, okay, Vanguard ist jetzt, hat, hat es auch besser gemacht. Aber Cold War wurde ja dadurch erst so richtig, richtig ... Oder da kam erst dieser Stein so richtig ins Rollen beim Zombie-Modus. Da hatten wir ... Outbreak-speziell, meinst du, ne? Genau, zum Beispiel Outbreak. Und eine Sache, die ich heute wieder gelesen habe, die wahrscheinlich sehr viele Leute freuen wird, es sind wieder ... Round-based. Genau, es sind wieder Gerüchte aufgetreten. Round-based-Zombies soll es wohl in Modern Warfare-Zombies geben im Laufe der Seasons, beziehungsweise es wurde gesagt, dass sich, dass etwas kommen wird, was Round-based-Freunde, ähm, ja, sich darauf freuen können. Oder dass sich Round-based-Spieler auf etwas freuen können. Und am wahrscheinlichsten wäre es natürlich, wenn wir dann wirklich einen Round-based-Modus für Modern Warfare-Zombies bekommen werden. Ja, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber wir haben ja auch den, äh, gehört mit den Rifts, die dann eventuell kommen, ne? Vielleicht ist da ja schon sogar was Round-based-mäßiges drin, ne? Das wäre auch eine Idee, stimmt. Da können wir ja eigentlich ja direkt über Season 1 schon mal reden, wenn du es schon mal angesprochen hast. Dann werden wir mal ... Eta-Rifts. Genau. Ja. Hast du, hast du diesen Blogpost von Call of Duty schon gelesen gehabt? Ja. Einmal, äh, der Inhalt zur Warzone selbst mit Ozixtan und so weiter. Und der größte Teil war aber wirklich, muss man sagen, für die, für den Zombie-Modus. Also der Hauptteil, da haben sie über ... Okay, Multiplayer war noch ein Teil, drei neue Maps. Aber dann war der größte Teil Zombie-Modus. Der Inhalt, der Inhalt. Und da haben sie auch davon geredet, dass die Eta-Rifts kommen, also die haben das wirklich als Endgame-Content beschrieben. Für die Leute, die die normalen Dinge abgeschlossen haben. Und normale Dinge verstehe ich jetzt halt primär Akt 1, 2 und 3 und vielleicht das Farben der Baupläne, ne? Also genau dieser Punkt eigentlich. Und dass für die dann auch noch Endgame-Content kommt, dass man in schwierige Instanzen geschickt wird. Hört sich an, wie so ein separates Level. Und deswegen kam ich gerade auf die Idee, wo du sagst, Round-based, das könnte ja rein theoretisch so was sein. Könnte natürlich auch was ganz Normales sein, ne? Aber es scheint schwer zu sein. Und sie haben, nee, aber warte, warte. Sie haben gesagt, das ist zeitlimitiert. Okay. Es kann kein Round-based sein. Okay. Zeitlimitiert. Zeitlimitiert? Dann kann es kein Round-based sein, ne? Das Witzige ist, in Vanguard hatten die ja auch mitten im Spiel dann eine Art Round-based reingebracht, was sich so anfühlen soll wie Round-based. Es könnte natürlich sein, dass diese Rifts dann auf kleineren Maps stattfinden. Und es da Wellen gibt, aber dass natürlich dieser ganze Timer, der auf einer normalen Runde oder in einer normalen Runde stattfindet, dass dieser Timer sich dann auch noch darauf weiterhin bezieht, dass man diesen Rift verlassen kann, dann wieder auf der normalen Map ist. Aber dieser Timer die ganze Zeit gleich läuft. Aber in diesem Bereich, dass wir dort einen Round-based ähnlichen Modus haben mit Wellen, was auf jeden Fall, denke ich mal, ganz cool sein könnte. Denn wir könnten ja ... Ist ja krass. Ja, man könnte sich ja komplett vorher einen Operator erstellen, der dann alle möglichen Perks hat oder die Sachen mit reinnehmen in die Zone und dann relativ schnell in diesen Rift gehen mit Pack-A-Punch 3, Raygun oder sonst was und dann da irgendwelche Challenges absolvieren. Also das könnte theoretisch möglich sein, stelle ich mir auch cool vor. Aber es wäre natürlich ernüchternd, wenn das dann das ist, was sie mit Round-Base meinen. Das war anfangs bei Vanguard nämlich auch. Es wurde betitelt, jetzt kommt Round-Base. Und dann war es ein Modus, der zwar rundenbasiert, aber es war kein klassisches Round-Base. Und da waren die Zombie-Community noch saurer. Aber dann kam halt am Ende trotzdem noch Round-Base. Also ich kann mir eigentlich vorstellen, dass das so ähnlich ablaufen wird, dass wir erst so einen Round-Base-ähnlichen Modus bekommen und dann später im Verlauf des Spiels vielleicht mal einen richtigen Round-Base-Modus. Dass wir das vielleicht auch ein bisschen abklopfen. Mal gucken, wie das ankommt. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die überhaupt nichts damit anfangen können, mit Round-Base und so. Also Round-Base ist immer, dass du in eine Runde reingehst, Zombie-Modus, und dann eine feste Anzahl von Zombies hast. Sagen wir mal 100 Stück. Und wenn die alle weg sind, dann startet Runde 2. Und dann kommen stärkere Zombies. Wenn die alle weg sind, Runde 3 und so weiter. Für die, die gar nichts damit anfangen können. Und was wir momentan haben, in der MBZ ist halt zeitbasiert. Also wir spielen eine Stunde und die Zonen machen die Schwierigkeit aus. Zonen 1, 2 und 3. Und dann hast du halt da die schwierigeren Zombies. Die werden aber nicht stärker sozusagen mit der Zeit. Das hast du halt nur im Round-Base. Genau, genau. Aber um noch mal auf Season 1 zu gehen, du hast ja das ja durchgelesen. Was gab es denn da noch Interessantes? Da gab es ja eine Sache, die auch noch ... Du willst auf die Wunderwaffe ansprechen. Genau, genau. Warte, warte, warte. VR-11? Irgendwas in die Richtung. Ich weiß den Namen jetzt auch nicht unbedingt. VR. Oder VR, ich weiß gar nicht. VR hat sich grad komisch an mit Virtual Reality. Auf jeden Fall eine Waffe, die Feinde zu Freunden macht. Genau, genau. Menschen und Zombies übrigens. Was auf jeden Fall, glaub ich, sehr, sehr cool sein kann. Weil die Söldner auf der Seite zu haben, diese overpowernden Söldner auf der Seite zu haben, das ist, glaub ich, ziemlich, ziemlich gut. Die sieht auch geil aus. Die war wie so ein Skarabeus, so ein Skorpion oder so was. Sie sah auch sehr cool aus. Die gab es witzigerweise auch damals an Call of the Dead, glaub ich, war das, eine aus Black Ops 1 ursprünglich. Und da gab es diese ... Hab ich gehört, ewig her, ne? Das ist Wahnsinn. Und das find ich halt so cool, dass diese alten Wunderwaffen in dieses Spiel reingebracht werden. Und es kann natürlich daraus ... Daraus kann man halt schlussfolgern, dass es vielleicht noch mehr von diesen Waffen dann in das Spiel schaffen. Ich mein, wir haben die DG2 schon, die Raygun. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also, da ist noch so viel möglich in diesem Zombie-Modus. Das find ich crazy. Unregentlich viel. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, was Sie auch angesprochen haben, waren ja die Baupläne. Es kommen neue Baupläne. Und da haben Sie ja das so formuliert, es kommen nicht nur neue Baupläne, sondern es kommt eine neue Kategorie von Bauplänen. Wir haben momentan die Kategorie Munitionsmodifikatoren, da haben wir die Kategorie Cola Perks und so weiter. Und eine neue Kategorie mit neuen Bauplänen, die auch schwierig zu kriegen sind, sagen Sie. Hast du keine Ahnung, was das sein könnte? Da kann ich mir gar nichts darunter vorstellen momentan. Also die neue Kategorie oder wie man die bekommt? Ja, die Kategorie, was könnte da noch kommen? Ah, Kaugummis, aber das kommt, glaube ich, nicht. Nee, die Kaugummis, das sind Leaks für das nächste COD. Da können wir aber bestimmt irgendwann auch mal drüber reden. Aber die neue Kategorie, so wie ich verstanden habe, wurden schon Namen gefunden. Einmal Weste, also die Dreierweste soll man sich auf jeden Fall craften können. Ah, das Ausrüstungs-Altgegenstände. Genau, und ... Okay, Rucksack vielleicht und so was? Könnte auch sein, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Würde sich auch anbieten, dass man so was sich auch craften kann. Wahrscheinlich dann mit einem viel höheren Abkling-Timer. Oder vielleicht eine andere Art, dass man irgendwie was mitbringen muss und das dann craften muss. Oder dass man sich Baupläne freischaltet, die man dann am Shop benutzen kann. Ähnlich wie in dem Z. Man musste ja in der DMZ sich ja auch diese Craftables freischalten erst mal. Und dann konntest du über die Items, die du in der DMZ gefunden hast, sei es jetzt irgendwie Batterien, eine Uhr oder so, dass man sich darüber dann die Platten oder Rücksäcke craften kann. Das könnte ich mir vorstellen. Denkst du, das wäre eine Möglichkeit? Ja, es wäre auch viel Potenzial, weil wir so viele Items in MWZ haben. Ich hab schon gehört, hast du das erzählt? Dass du eine Grafikkarte mal gefunden hast? Genau, also ein Kollege von mir hatte die Grafikkarte gefunden? Ja, Grafikkarten. Dann gibt's ja Zahnpasta, Festplatten, Verschlüssel, so viele Items. Und in der DMZ war's ja damals auch so, Season 1, dass man mit einem Großteil der Items nix anfangen konnte. Und sich damals die Leute genauso gefragt haben, wozu sind denn diese ganzen Items, die so sinnlos sind? Das ist doch sinnlos, macht keinen Sinn. Aber im Laufe der Zeit kamen immer mehr Mechaniken in das Spiel rein, die diesen Items hingegeben haben. Und am Ende jetzt, zu Season 6 aktuell, ist es so, dass fast jedes Item Sinn macht. Du musst Zahnpasta sammeln für irgendwas zum Aufrüsten, genauso wie wir schlüsselten Festplatten oder die normalen Festplatten. Du brauchst jedes einzelne Item für irgendwas. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der DMZ genauso sein könnte. Das Potenzial ist ja dafür da. Wozu sind sonst die Items da? Das würde absolut Sinn machen. Oder auch einen großen Grind geben. Jetzt musst du 20.000 Zahnpasta drum sammeln, um vielleicht den Cooldown zu reduzieren, permanent für einen Bauplan oder so was. Also auch viele Möglichkeiten. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Und ich freu mich, ich fand das super, in DMZ-Modus irgendwie so eine Random-Item zu sammeln. Ich weiß nicht, warum, aber mir hat das Spaß gemacht. Mir auch. Das gibt dir so einen Kick, wenn du halt endlich mal diese doofen Comic-Heften oder Zigarettenkisten da gefunden hast, die sonst so selten waren. Oder ich weiß noch, du konntest dir ja die Dailies freischalten mit diesem irgendeiner Chemikalie. und wenn man die dann gefunden hat, das hat, das war ein richtig ... Cefalexin. Genau, genau. Oder ich weiß gar nicht, was es alles war. Und das gibt einem halt diesen Kick. Und wenn man dadurch dann Sachen freischaltet, wäre es echt extrem, extrem cool. Und wenn man halt diese ... Wasserstoffperoxid. Genau, das war's. Und wenn man diese Sachen dann auch noch benutzen kann, um am Shop Dinge zu craften, das Feature, glaube ich, wird mit Sicherheit auch in die MWZ kommen. Dass wir am Shop zum Beispiel auch Abschlussserien oder so craften können mit irgendwelchen Random-Items, würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Dadurch würde man sich auch so viele Essenzen auch sparen können. Das wäre echt extrem cool. Und ich würde mich darüber freuen. Aber um noch mal zurückzukommen auf deine Frage, was die Baupläne angeht, was noch da gefunden wurde. Und zwar neben der Plattenweste hatten wir auch noch Dogbone, also Hundeknochen. Ah, okay. Und ich hätte da die Vermutung, dass wir vielleicht eine Möglichkeit bekommen, mit diesem Hundeknochen ein Item zu bekommen, was man auch in die Hundehütte packen kann, was man sich halt in die Zone mit reinnehmen kann. Und das heißt, wenn du direkt an einem Spot bist, wo eine Hundehütte ist, du packst diesen Knochen da rein, dann hast du direkt den Hund vielleicht auf Stufe 2 beziehungsweise je nachdem, wie viele Fleischstücke man ja reingepackt hat in diese Hundehütte. Wurde der Hund ja auch besser, wenn ich mich recht entsinne. Und dadurch hast du dann vielleicht direkt schon einen Stufe 2 Hund sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen. Geile Idee. Oder, dass man sogar zu Hause in seiner Basis eine Hundehütte hat. Und cool dauern 24 Stunden, weißt du. Also, dass du direkt mit dem Hund reingehst. Alle 24 Stunden, so wie in der Wunderwaffe, nimmst du dann deinen Hund von zu Hause mit. Okay, das wäre auch sehr cool. Weil vor allem für Solo-Spieler ist dieses Feature ja überragend. Vielleicht, wer es noch nicht weiß, kannst du es vielleicht den Leuten noch mal erklären, wie das mit der Hundehütte funktioniert und was er alles machen kann. Ja, du hast auf der Karte diese Hundehütten. Die siehst du auch erst, wenn du in der Nähe bist. Auf der Karte siehst du so eine Hundehütte, gehst du hin und dann hast du so eine verbrannte Hundehütte. Da musst du halt Fleischstücke reinwerfen, so Steaks. Die findet man halt bei Zombie-Monstern. Ich glaube, speziell wenn man Kopfschüsse macht, lassen die besonders viele Fleischstücke fallen. Und dann gibst du dieser Hundehütte sozusagen mit einer Aktionstaste dann diese Fleischstücke. Und das ist so, dass dann ein Hund kommt, der dir hilft. Und das ist so, dass in jeder Zone eine Hundehütte ist, also Zone 1, 2 und 3. In Zone 1 braucht er genau ein Fleischstück. Und dann hast du einen treuen Begleiter. In Zone 2, glaube ich, 2. Und in Zone 3 brauchst du 4 Fleischstücke, damit der rauskommt. Da brauchst du also die maximale Anzahl von Fleisch. Und dann hast du einen Hund, der die Gegner angreifend ablenkt. Das ist halt supergeil für Bosse, für alles Mögliche. Und je höher die Stufe, desto stärker ist der Hund. Ich glaube, dieser rote Hund, also in Zone 3, der stirbt praktisch fast gar nicht. Und das Allerallerbeste ist aber, weil du sagst, für Solospieler, der belebt dich halt wieder. Wenn du down gehst, kommt er zu dir und belebt dich wieder. Das heißt, wenn du so einen roten Hund hast, da kannst du kaum noch, man kann eh ehrlich gesagt kaum noch sterben in der MBZ, finde ich. Und mit so einem Hund hast du eine richtig gute Garantie, dass das auch so bleibt. Genau. Und der Hund, der bleibt auch die ganze Runde, außer wenn er natürlich gekillt wird. Aber das ist halt ein super, super Feature für Solospieler. Und vor allem, wenn man Solospieler ist, sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen. Nur ist es halt manchmal relativ schwierig, an dieses Fleisch zu kommen. Denn entweder kriegt man das über Kopfschüsse mit Snipern, glaube ich. Oder halt durch Explosions-Munition beziehungsweise Explosives, also Granaten und Ähnliches. Aber davon hat man auch nicht so viele. Und die Droprate ist auch relativ gering. Und ich glaube, wenn du Zombies überfährst, kann auch Fleisch droppen. Aber es ist halt relativ inconsistent. Und man findet das selten. Und meistens hat man Fleisch und findet dann keine Hütte. Oder man hat eine Hütte und findet kein Fleisch. Und wenn man dann eine Möglichkeit hätte, direkt mit einem Hund reinzugehen oder so einem Fleischstück oder Knochen, wäre das für Solospieler einen Riesenvorteil. Super, gut. Vor allem, ich stelle mir gerade so die Situation vor, falls es noch mal passieren sollte, dass man stirbt und du hast halt einen nackten Charakter. Oder du bist auch rausgekommen und hast keine Wiederbelebung mehr als Solospieler. In so einem Fall wäre es dann geil, okay, kein Problem, ich habe meinen Hund. Wenn du den Hund mitst, dann ergrindest du halt wieder deine Wiederbelebung und dann geht es dir wieder gut, bis wir auf der sicheren Seite. Auch für diesen Moment, wo du nichts hast, dass du dann zumindest den Hund an deiner Seite hast, der dir super hilft. Ich hätte jetzt noch mal ein anderes Thema, was mich mal interessieren würde. Du als PC-Spieler, die Performance ist ja immer ein Riesenthema bei diesem Zombie-Modus. Da es natürlich auch wichtig ist, dass man nicht aus den Runden rausfliegt, dass die Spiele nicht abbrechen. Wie hat sich die Performance bei dir verändert nach dem Update, nach dem ersten richtigen Update, das wir ja hatten? Und wie war das für dich? Hast du bessere Performance gehabt jetzt? Ja, eindeutig. Also das Update kam ja am Freitagabend, das war am 17. und seitdem, also ich hab am Samstag dann, hab ich nur in die DMZ reingeschaut. Aber jetzt heute, am Sonntag, habe ich nur in die MBZ reingeschaut und ich hatte nicht einen einzigen Absturz, nicht einmal Server-Disconnect. Also ich hab komplett von vorn bis hinten, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt da online war, also schon ein paar Stunden und da bin ich halt, hatte ich gar keine Probleme mehr. Und vorher waren viele Probleme, oder? Abstürze, Server-Disconnects hatte ich und auch hier und da mal Lags, dass es komplett gestottert ist und dann mal dachte, okay, jetzt stürzt gleich das Server ab. Lieber schnell die Runde verlassen und neu starten. Der Server scheint nicht stabil zu sein. Ja, sowas hat man ständig. Ja, das kam ja größtenteils dann auch wirklich durch die Exfil-Strat, wie ich sie gerne genannt habe. Und zwar das am Exfil, den man ja eigentlich dazu benutzt, um aus dem Spiel rauszugehen und all sein Loot mit ins Lager zu nehmen. Dort kamen halt sehr, sehr viele Zombies und dort haben dann viele Spieler, ich natürlich auch, auf Tarnungen gegrindet, weil man dort super viele Zombie-Kills machen konnte, was eigentlich auch sehr, sehr cool war. Nur kam es dann irgendwann zu dem Punkt, wo die ersten Leute angefangen haben, die Glitches, die es in dem Spiel gibt, dort anzuwenden und es natürlich zu ihrem Vorteil zu nutzen, dass dort so viele Zombies spawnen und haben dann angefangen, Geschütze zu duplizieren und die überall an diesem Exfil aufzustellen, sodass sie passiv ihre Waffen leveln konnten und damit aber auch dazu geführt haben, dass die ganzen Server geleckt haben, teilweise gecrashed sind und einfach die allgemeine Spiel-Performance extrem darunter gelitten hat. Und jetzt gab es, wie Erik schon gesagt hat, gestern das Update, was diese Exfil-Strat gepatcht hat und dass am Exfil nicht mehr viele Zombies spawnen. Und was sagst du dazu? Das ist ja ein heikles Thema, weil viele Leute stört es extrem, dass man da keine Zombie-Kills mehr machen kann. Aber viele Leute freuen sich darüber, dass das Spiel wieder flüssiger läuft. Ja, also ich glaube, dadurch, dass der Tod hat, es wirklich auch böse Konsequenzen hat, dass du Baupläne verlierst. Also nicht der Tod, sondern der Absturz eines Servers, dass du Baupläne verlierst oder deine Ausrüstung, deine Waffe ist wieder auf Cooldown, du kannst deinen Slot nicht benutzen. Ich glaube schon, dass die Stabilität höchste Priorität hatte. Das war wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Aber ich frage mich auf der anderen Seite, deswegen freue ich mich, dass sie das gemacht haben, aber auf der anderen Seite frage ich, ob die da sich vielleicht ein bisschen zu viel, ob die da ein bisschen übertrieben haben, weil hätte es nicht gereicht, die Türme, diese Glitches zu entfernen, duplizieren der Türme. Von mir aus auch ein bisschen weniger Zombies. Ich meine, da waren so um die 200 vielleicht. Lass es dann nur noch 100 Zombies sein, ja? Aber stattdessen haben die ja teilweise am Anfang jetzt, wenn du ein Heli rufst, dann kommen ja nur 10 Zombies. Da kommt ja wirklich kaum noch was, ne? Ja. Das ist ja schon drastisch reduziert. Also das ist, ich weiß nicht, ob die ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, und auch das Gefühl geil war. Du kommst, also zum einen, du rufst ein Heli und es kommen Zombie-Horden an. Das war erst mal ein geiles Gefühl. Ja, definitiv. Hat auch Spaß gemacht. Hat auch Spaß gemacht, ne? Für die Kamos. Und wenn du eine härtere Runde hattest, weiß ich was, die ganze Zeit in Zone 3 unterwegs, beim Grinden von dem, äh, einem Monster-Boss zum nächsten, du bist komplett fertig, ne? Mit Nerven am Ende. Kommst raus in die graue Zone und legst dann noch ganz relax, nochmal 100 Zombies für deine Kamo. Das war halt auch ein schöner Abschluss, das Ganze, ne? So wie so ein Training, so ein Auslaufen. Und dann exfiltrieren. Das ist super schade, dass er jetzt weg ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich persönlich denke, dass sie da auch noch was ändern, weil sie haben im Prinzip ja schon, äh, den, den Glitch entfernt, äh, diese Geschütze zu duplizieren. Das hat ihr auf jeden Fall schon mal geholfen. Und dann haben sie auch noch die Abklingzeit von den Exfilts auf zwei Minuten erhöht, was diese ganze Methode auch nochmal schon geschädigt hat. Und, äh, aber dann haben sie halt anstatt die Zombie-Spawn-Rate von, ich weiß nicht, sagen wir mal, wenn es vorher 100 Zombies waren, sind es jetzt 10 Zombies. So stark haben sie es reduziert. Und es hätte es definitiv gereicht, würden sie auf, von 100 auf 50 bis 30 Zombies gehen. Dann hätte man ja auch noch was davon. Aber es spawnen ja kaum noch Zombies. Und vor allem für die Tarnung-Herausforderung, zum Beispiel 10 mal 10 schnelle Kills innerhalb von 5 Sekunden oder so eine Gesachen, Feldausrüstung aufladen. Oder dieser Effekt, den du gerade genannt hast, dass man am Ende der Runde nochmal so ein cooles Glücksgefühl hat, wenn man da hunderte Zombies niederballert. Äh, das, das fehlt extrem. Und vor allem fand ich, ich hatte es, ähm, so den Anschein gemacht, als wäre nicht mehr so viel los auf der Map. Dieser eine, dieser eine Faktor hat, finde ich, diese ganze Lobby so, belebt, weil dort so viele Zombies waren und oftmals viele Spieler, äh, konnte man dort antreffen. Und das, finde ich, hat diese ganze Map irgendwie mehr belebt. Also hat für mich den Eindruck so gemacht, ne? Wie so eine Basis, ne? Du kommst da hin und da ist jemand einfach und du quatschst mit dem, jo, was geht? Oh, ich fahre mal Kamos, alles, ich glaube, siehrends später. Halbe Stunde später kommst du wieder, der ist immer noch da. Ah, ja. Wo ist jetzt rausgegangen? Naja, wir gehen raus. Ja, ja. Super lustig. Ja, deswegen glaube ich persönlich, dass sie da vielleicht noch was, ähm, anpassen. Also, dass sie den Abkling, die Abklingzeit von dem Exfil hochgeschraubt haben, finde ich, ist okay. Finde ich auch gut. Ist auch gut, weil sonst würde man das auch zu sehr ausnutzen. Ähm, und das macht das natürlich schon wesentlich ineffizienter, dann die ganze Zeit am Exfil zu warten auf die Horden. Aber wenn man dann den Exfil ruft, finde ich, sollten da schon einige Zombies spawnen, dass man alleine dieses coole Gefühl hat, super viele Zombies killen zu können, die Tarnungsaufgaben machen zu können. Und es ist ja auch gar nicht so, dass es super, super extrem krass dann ist für das Leveln. Denn man kann ja eh nur eine gewisse Anzahl von Waffenleveln in einer Runde machen. Dementsprechend haben sie ja eigentlich schon alles so angepasst, dass es ausgeglichen ist. Aber dadurch, dass sie halt die Zombies so drastisch reduziert haben, ist es einfach nur so ein, ja, sehr unbefriedigend da in dem Exfil, ne? Ja. Aber ich denke, das ist eine kleine Stellschraube, weißt du, die können sie auch dann, die haben sie ganz runtergedreht, das Wasser abgedreht sozusagen, jetzt können sie langsam wieder aufdrehen und gucken, wie weit können sie jetzt gehen, bis die Server noch stabil sind, ne? So stelle ich mir das vor. Hoffe ich. Hoffe ich auch. Bis sie dann ganz langsam wieder die Anzahl erhöhen. Aber den cool dann ruhig so lassen, zwei Minuten. Ja, ist fein, ist fein. Finde ich ehrlich gesagt cool. Aber ich hab heute in den Runden wirklich gemerkt, dass Leute an die Exfilts gehen, gerade so ganz zum Ende hin, ne? Wenn du über das Limit wieder mal warst, die Zone vergrößert sich, du willst nur noch raus. Dann hab ich gesehen auf der Karte, wie Leute zu Exfilts gegangen sind und da gewartet haben und sich gewundert haben, augenscheinlich, dass der Exfil nicht aktiviert werden kann. Ja. Und ich glaube, der ein oder andere dachte dann, das ist buggy. Und dann haben sie sozusagen den Punkt aufgegeben und sind zum nächsten Exfil gefahren. Ich konnte das alles auf der Karte beobachten, weil ich mir auch meinen Exfil suchen musste, ne? Weil sie sehen, wie die den Punkt verlassen haben. Und ich glaube, viele haben das gar nicht mitbekommen, Ja. dass diese zwei Minuten Cooldown jetzt da ist für das Exfil-Rufen. Ja, da muss man aber richtig, richtig aufpassen, wenn die Zone halt, da ist. Man muss das ja irgendwo auch ja, einordnen können, wie lange dauert das jetzt, bis die Zone da ist und wie lange wird der Exfil noch grau bleiben. Da muss man schon echt aufpassen. Und man muss halt auch Glück haben, dass dann Spieler vorher nicht dort den Exfil rufen, kurz bevor du da bist und du kommst da gar nicht mehr hin. Ja. Da muss man auch... So viele Faktoren jetzt, ne? Ja, ja. Aber es gibt halt immer noch den letzten Exfil und im Notfall kann man halt immer noch zum letzten Exfil. Deswegen finde ich das eigentlich eine super Möglichkeit, dass man dadurch diese ganze Methode so ein bisschen reduziert hat, ne? Ja. Also haben sie es schon... Auf jeden Fall. Es ist auch im Endeffekt gut, dass man ja jetzt viel stabilere Server hat. Ich hatte bis jetzt gar keinen Absturz mehr. Oder auch gut, dass sie diesen Bug behoben haben, dass man in die Story-Mission gezogen wurde. Das war ja das ganz, ganz schlimm, was super vielen Leuten passiert ist. Ähm, also eigentlich haben sie ja relativ schnell mit allem reagiert, ne? Wenn man das... Eine Woche haben sie gebraucht, ne? Ey. Knapp über eine Woche. Ja. Wobei ich, äh, dieser Story-Bug, der kam irgendwie später erst. Der kam am Anfang, war der nicht da, oder er war noch nicht so präsent, weil noch nicht so viele Leute... Nicht so präsent, ja. Ja, das kann auch gut sein. Ich finde auch, die haben gut reagiert. Also eine Woche könnte man jetzt sagen, okay, die können ja auch in zwei Tagen reagieren. Aber ich glaube schon, dass es komplex ist und lieber eine Woche als zwei oder drei Wochen. Also ich finde, das ist schon fair. Auch wenn man diese Woche vielleicht ein bisschen gelitten hatte, Aber ich finde das auch fair, ja. Ja. Und wenn sie da den Wasserhahn noch mal ein bisschen aufdrehen und ein paar mehr Zombies spawnen lassen, dann wäre es auf jeden Fall gut. Weil aktuell, ähm, ist es echt schwierig, viele Zombie-Kills zu machen. Außer man macht halt Aufträge und bleibt da halt die ganze Zeit. Aber das, finde ich, ist ein bisschen langweilig, äh, wenn man die ganze Zeit, äh, nur an einer Stelle ist. Und bei den Exfilts war es immer so, super viele Zombies und dann kurze Pause, chillen, äh, dann wieder super viele Zombies. Aber bei den neuen Strats ist es ja, die ganze Zeit kommen so vereinzelt vier, fünf Zombies, die du dann nieder, äh, ballerst. Und dann die ganze Zeit, und das fühlt sich wesentlich monotoner an, als die ganze Zeit so eine Riesenhorde. Dann hast du so einen kleinen Dopamin-Kick und dann chillst du kurz wieder und dann hast du wieder deinen Dopamin-Kick. Das war eigentlich die coolere Variante, wie ich finde. Aber wer weiß, was die da noch machen. Vielleicht können wir es wieder auf den ganz alten Wert hochschrauben. Vielleicht klappt das ja. Auf den ganz alten Wert? Ja, dass sie wieder dieselbe Anzahl haben und dass die, das Verhindern von Glitches, also das Entfernen der Glitches und so weiter und das Erhöhnen der Cooldown-Zeit, dass das vielleicht schon reicht, damit die Server stabil laufen und dass man trotzdem wieder die große Anzahl an Zombies kriegt. Das ist ja so mein Wunsch. Das wäre echt cool. Ja, vor allem, ich habe angefangen, ich wollte jetzt richtig anfangen mit dem Kamo-Grind und dann wirklich eine Stunde, nachdem ich da angefangen habe, wieder mit den Kamos zu grinden, haben sie das mitten in dem Stream gepatcht und dann habe ich das mitten im Stream beobachten können, wie dieser Vergleich war vorher. Super viele Zombies und danach wirklich kaum noch Zombies. Das war richtig traurig. Ein richtig trauriger Moment, weil ich gerade da wieder angefangen habe, auf Kamos zu grinden. Das war schon crazy. Aber ich denke, da wird in Zukunft noch was kommen, weil die achten schon sehr auf die Reaktion der Community. Ich habe das Gefühl, dass Treyarch beziehungsweise Sledgehammer, ich glaube, Treyarch ist verantwortlich für den Zombie-Modus, dass die halt generell auch immer sehr auf die Community hören und alleine die Reaktion, dass alle Leute nach Roundbay schreien und sie da jetzt irgendwie was mit reinbringen, da denke ich schon, dass dann auch irgendwas passieren wird mit dem Exfil, dass wir dort wieder ein besseres Erlebnis haben, vor allem, dass der Exfil natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller wird. Denn wenn man zum Beispiel vor dem Update in Zone 2 einen Exfil machen wollte, fand ich, war das auch schon echt teilweise anspruchsvoll, wie viele Zombies da kamen. Und das macht ja den Exfil auch irgendwo aus, weil der Exfil war damals in Cold War auch relativ anspruchsvoll teilweise, wenn man jetzt keine Streaks dabei hatte. und ich finde diesen Faktor sollte es auf jeden Fall beibehalten und sollte jetzt nicht einfach nur so ein Punkt sein, wo man ein, zwei Zombies killt und dann sich exfiltrieren lässt. Ja, ich hoffe auch, das kommt wieder. Weißt du, mir fällt auch gerade noch eine Sache ein aus diesem Warson-Blogpost. Die haben ja gesagt, Utsigstan wird die neue Battle Royale-Map und so weiter. Und da fällt mir gerade ein, die haben ja auch von einem Zug gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in den Events vorher, in den Turnieren und so, haben die Leute ja schon auf Utsigstan gespielt. Und dann haben ja einige diesen Zug benutzt. Wir haben ja die Gleise in Utsigstan um die Hauptstadt und im Battle Royale-Modus wird das so sein, dass er von einem Zug befahren wird, den man dann auch fahren kann. Also man kann selber dann die Geschwindigkeit steuern, einen ausschalten und so weiter. Da überlege ich gerade, das könnte auch ein Inhalt sein, dann auch für die MW-Zeit logischerweise. Dass wir vielleicht in Zukunft da sogar noch Fahrzeuge haben, dass der Zug da im Kreis fährt und so weiter und so fort. Fällt mir gerade so ein. Das könnte natürlich auch noch dazukommen. Stimmt, das wäre cool. Es gibt ja keinen Zug, stimmt. Das war ja sonst immer Standard, dass es einen Zug gab. Jetzt gibt es gerade aktuell keinen Zug. Und es gibt auch ... In Masra gab es am Ende sogar zwei. Ja, das ist schon ... Alleine diese Updates, diese Map-Updates, die kommen werden, da werde ich mich super drauf freuen, weil das betrifft ja den Zombie-Modus genauso wie Warzone. Ja, genau, genau. Das ist halt das Schöne, wenn so Sachen verknüpft sind. Genau. Dass der eine von dem anderen profitiert. So was mit DMZ auch und Battle Royale haben beide ihre Content-Updates bekommen. Ach, so schade. Ich hoffe, dass die DMZ da vielleicht auch noch mit reinkommt in den ganzen Content-Upgrade. Wer weiß, wer weiß. Kein Wort übrigens über die DMZ, ne? Kein Wort verloren haben sie. Immer noch nicht. Nichts gesagt. Okay. Vielleicht überraschen sie dich ja noch. Ich meine, 2023, dass hier ein Zombie-Modus kommt, hätte ich auch im Leben nicht gedacht. Es gab immer so ein bisschen Leaks, die auf einmal kamen. Ja, okay. Dann hätte man wahrscheinlich jetzt schon irgendwas zu DMZ gehört. Aber wer weiß, was jetzt noch passiert, wird sich dann, denke ich mal, im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen dann bestätigen, ob DMZ jetzt nur noch in MV2 bleibt oder halt, dass da noch was kommt, ne? Ja. Wir haben jetzt genau noch drei Wochen Zeit. Es werden sicher jetzt noch Blogposts kommen nächste Woche. Und da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, was sie da noch für Infos raushauen. Vor allem für Warzone dann diesbezüglich, ne? Ja, ja. Ja, ich denke, damit haben wir ein gutes, gutes Schlusswort, oder? Auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, weil dann werden wir sicher mehr Infos zu Season 1 haben. Und ich glaube, das wird nochmal besonders spannend. Da wird bestimmt noch mehr kommen und vielleicht auch schon mehr zu Runden basiert. Das könnte ja auch noch sein, ne? Zu Runden basiert, zur DMZ eventuell, zu Warzone, also so vieles. Multiplayer, ne? Die Rifts vielleicht, was da noch kommt, Kategorie für die Baupläne. Also so viel einfach. Und Updates könnten ja natürlich auch sein. Vielleicht haben wir bis dahin schon wieder einen normalen Exfil. Das wäre ja auch wunderbar, ne? Ja, zu einiges. Ah, cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Bis dahin auf jeden Fall gutes Grinden auch für dich weiterhin, ne? Danke. Dir auch auf jeden Fall. Ja, danke schön. Ich würde am Ende auch nochmal gerne sagen, für die Leute, die das Ganze auf Spotify hören, würde ich mich sehr freuen, oder würden wir uns wahrscheinlich sehr freuen, wenn ihr doch mal den Podcast bewertet, wenn es euch gefällt. Gerne mal fünf Sterne geben. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen und weiterhelfen. Und für die Leute, die das Ganze auf YouTube hören oder sehen, schaut euch das Ganze oder hört euch das Ganze auch gerne mal auf Spotify an, falls ihr das noch nicht wusstet. Wir haben natürlich auch einen Spotify-Podcast. Könnt ihr auch gerne abchecken. und ich würde sagen, von mir aus, macht's gut, viel Spaß und frohes Grinden noch. Ja, von mir aus auch alles unten verlinkt wieder, unsere Kanäle und auch Spotify und so weiter, YouTube, seht ihr alles unten. Ansonsten auch von meiner Seite. Hasta luego und hasta la vista. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.